die Befugung haben die 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 Wahnsinnige Jahrhundert wurde geschossen ist er wurde mal geben wir sind da oben auf 90 Grad ist gerade ein Helikopter gelandet der da oben sitzt auch der auf uns geschossen hat ja der ist wahrscheinlich gerade oben auf dem Hauptwerk auf dem großen war der 100 von 180 kommen ja die Typen jetzt schon geschossen haben wir jetzt hier gegeben das will vom Schatten kommen ja vom Geschwindigkeit her ja haben wir somit leider momentan keine Unterstützung zur Verfügung ähm notfalls wenn sie ihn verlieren nochmal schreifen die uns fortsetzen kommen ne die sind ja gerade abgezogen check zu verstanden 1 oder 10 ich hätte jetzt ganz richtig hier zu sein naja in dem Sinne wenn die mich wirklich der verhält die FLG sorry ich hoffe es ich kauf es ich kauf es ich kauf es wir kam halt und hier lang tot es gibt keine weiteren Schüsse mehr es gibt kein Geld mehr es ist mal auch klar alle haben sich eben nur und dann hat es schon ins ja ja die 110 l überprüft mal ums wenn die Hüge ja jünger Halber Vertyptung Dann nehmen wir verstandenen Wagen Was machen wir? Äh, ja! Ich habe das Feuer aufgenommen Ja, ich habe noch nie ein T-T-T-T-T Äh, Schaue sind es Das ist der... Ja, das ist der... Ah, genau. Ja, genau. Und, äh, habe ich eingebreitet. Ich habe es in der Vorwoche. Hebe 100 an alle, es ist gleich alles von mir abgefordert worden. Im Tag muss man sich, ähm, mit, ähm, diversen Fahrzeugen zu holen. Oh, was ist hier los? Hallo, äh, sie haben uns einfach geliftet, hallo? Oh. Ohne RP. Äh, okay. Oh, oh. Shit. Hat er mir nicht getan. Nein, nein, nein. Dann alle, der SUV wurde gerade abgeworfen. Macht's gut. Ciao. Nein, warum? Äh.